ja leute und servus zusammen ich hoffe es geht euch allen blendend mir geht sehr gut und wir starten direkt mit welt 4 und dieses mal werde ich mal versuchen wirklich so schnell wie möglich durchzukommen ohne jetzt irgendwie viel zu suchen so weil das machen wir dann im stream und dann wird es diese komplettierungsparts geben jetzt will ich einfach so viel wie möglich schaffen let's go leute kabel salat so also ein bisschen an super mario mit diesen ganzen fichern hier das ging ja schon mal gut los ich wollte doch schnell durch oder klassischer wie kann man den zweimal auf den gleichen fehler dreimal auf den gleichen vielleicht ist ja ja die ganzen roten münzen immer ein andermal chaggy pointy immer hier nein ich will diese dinge er hat mich in frieden das sieht aus wie unterhose sie nur ich das oder ja okay könnte vielleicht von anderen seiten weißt du mario sein also mit der mütze und schreibt gerne in die kommentare ob ihr auch sowas gesehen habt oder ob nur ich das gesehen scheint nach so einem little mario zu werden hier ja da ist der stelle brennt damit im ständigen was ich kann als mario gar nicht durchspiel das muss von der seite sein okay erstes level geschafft in vier minuten mit dem intro und so ohne zu irgendwie auf was zu achten 68 oder 68 prozent gleichs nächste irgendwie scheinen hier mehr schildkröten zu sein geil also noch mehr stelle ich da auch hoch weg mir die ja du das ist bestimmt ein Armaat oh, ah, kein nein hey, 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 ich bin ja da hoefte Kopf geh mal meine Wasserwahl nahe, gell oh ja, okay, das ist doch eh zum Komplizieren eigentlich wichtig aber okay, gut zu wissen, dass man hier rein muss für die eine Folge dann da muss man sich wohl entscheiden verdammt oh, ich hab mir das Ding fast aus dem Rohr gerissen hey okay braucht man wohl mal einen Schlüssel hier, ne? oh, ne nicht schon wieder die Fledermäule einfach Arschbombe auf gut Glück okay 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 das war nicht so, ne? aber dafür schneller, oder? ah, ähnlich aber ein bisschen schneller, glaube ich oh, sorry man diese Musik, ich weiß nicht irgendwie fühlt man sich wie in so einem Casino, oder? ja wie so kracht in mein Mikrofonarm so oh solche Platten, ne? mal gucke don't look back ja, ich gucke mal nach hinten ba da ba 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 scha ba da ba da ba da oh oh, was kommt denn der her? ba 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 nein bleib doch da interessantes Level da gibt's wohl viel zu entdecken okay uh, der öbliche Räuber so auf geht's des dh dh der der die 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 der die 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 ich bin hier mit ja das ist jetzt nicht dein ernst komm schon wo bist du ach so ich sehe kein boden ok man hat wohl immer zwei möglichkeiten ach man kann drauf stehen bleiben ich habe das so kommen sehen das habe ich nicht kommen selbst was mache ich denn da nein scheiße scheiße alter fast alle meine eier verschwendet verdienen hey jetzt schrei jetzt schrei ich auch gleich hier 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 diese pflanzen grünen die sind schon nervig papa oh geil was denn das hi 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 geil ist zum platzen bringen wie geil ist denn das keine mechaniker hätte ich noch weiter aufbauen können glaube nicht nein 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 komm ich da auch irgendwie hoch ohne hier oder geht das auch hier uah alter was geht hier ab ok hier gibt es auch ein ende oder ein ziel ok interessant interessant Ich bin da richtig durstig. 48 Punkte. Oh, da kommt so ein Riesen... Pogo-Puschel? Nee, keine Ahnung. Oh nein, dieses Viech wieder. Boah! Gleich mal nebendran, was soll das? Alter, hab ich Gott Gänsehaut bekommen. Ja, hier kommt bestimmt einer gleich geflogen, ne? Guck mal. Alter! Nein, nein! Halt, der wird den Stress gemacht. Aber sag mal, bremst der vielleicht ab, wenn er an mich nah rankommt? Oder wieso hat der manchmal abgebremst? Na gut, da sausen wir schnell durch. Oh, der Arme, der hat sich die Zähne verletzt. Okay, wir brauchen Schlüssel, es geht in vier Richtungen. Dann fangen wir doch einfach rechts oben an. Alter, Gänsehaut, Leute! Leute! Das, äh... Uh! Ah! Kann ich die mit den Bällen gut machen? Tatsächlich. Alter, was sind das für Bälle? Uh! Das hört ja gar nicht mehr auf. Oh! Geh mir weg! Die sind aus dem zweiten, äh... Super Mario-Teil, ne? Nein! Geh weg! Kann man die fressen? Ja, ja. Ah, ja. Aber noch schnell reagieren hier, ne? Nein! Ey, geh mir weg! Lass Yoshi... Da. Ey, da kommt der Sack schon wieder. aber so kann man sie auch kennen das ist cool da wirst du gegeben die kann man fressen damit da ist der schlüssel rechts um war du setzl kann ich nur mit den eiern okay interessant mega interessantes level theoretisch können jetzt schon leider mal kurz noch aber da unten wird immer irgendwas gezeigt oder vielleicht was in dem level 1 erwartet okay die kann man alle fressen das ist cool krass alles geholt nein 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 Nein, nein, nein. Okay, warte mal. Was ist da unten? Ah. Wieso gibt es hier zwei Türen? Gehen wir mal rechts zuerst. Aha, aha. Alle zielen. Da ist ja noch ein Schlüssel. Wieso ist da noch ein Schlüssel? Ey, ich habe zwei Schlüssel jetzt. Brauche ich vier Schlüssel vielleicht? Was? Aha, aha. Wahrscheinlich muss ich hier oben durch. Very, very interesting. Das geht sogar jetzt schon. Okay. Dann machen wir das mal. Ah, aha, aha, aha. Wahrscheinlich kommen noch mehr Türen und ich komme da nicht weiter. Mal merken. Ja. Okay, cool. So, wir machen links unten. Lava erwartet uns. Jetzt wird es heiß, Leute. Und bestimmt ist es eine Augenbrauenvieche, oder? Mal schön in die Lava kommen. Oh, das ist aber ein anderes Viech. Also, das bräuchte ich gar nicht mehr, wenn ich nicht. Ah, gut, dass ich noch... Äh, Bambons. Wie komme ich auf Bambons? Was, äh, Eier übrig hatte, ne? So. Okay, was sind das für Viecher? Boah, das erinnert mich eher ein bisschen an Super Mario Brothers 3, weil man da, ähm, in so ein Ding rein kann. Einmal jetzt gerade nur nach Gefühl. Ja, 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 ich komme. Okay, jetzt haben wir alle Schlüssel. Jetzt müssen wir durchraschen. Oh, Alter, die Gänse, aber was ist da los? Was ist da los? Oh, ich bin gespannt. Ach so, einer von diesen kleinen Viechern wird wahrscheinlich da, die da oben sind. Muss ja der Boss sein. Aber auf dem Level. Over-Level. Wow. Design. Es sind auch sehr viele von denen in diesem Level. Okay, Boss-Time, Leute. Bitte nicht wieder in einem. Aber so chillige Musik, ne, bei einem Boss? Ah, sorry. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Ja, komm, noch größer. Oh. Unbewusst habe ich das gemacht, aber weil man das so gut mit denen auch machen kann. Okay, jetzt warte mal. Boah, das werden mir gleich zu viele. Boah, den hat's ja mega rübergeschleudert. Nein. Will auch immer live dabei sein, ne, Marco? On the ledge. Eigentlich ist der cool, aber auch irgendwie, also easy, aber auch irgendwie cool. Hat Bock gemacht, ja. Absolut. Da, 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 da. Herrlich. Okay, Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich habe es versucht, mal ein bisschen schneller zu spielen. Ähm, ich überlege, ob ich vielleicht gleich sogar noch die nächste Folge aufnehme und dann mache ich auch das vielleicht einfach Level 4 komplett durch. Und dann wird es einen Stream wieder geben. Da muss ich ja noch Level 3, ähm, abschließen. Mal sehen, wie, äh, wann das kommt und so. Kriegt ihr alles über Instagram Bescheid oder wenn ihr auf Twitch mir folgt, da kriegt ihr auch die Streams Bescheid, wann die kommen. Und, äh, ich hoffe, es hat euch Bock gemacht. Lasst gern ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.